Wie schlecht waren die BVB Transfers im Sommer 2023 wirklich? Genau damit wollen wir uns in diesem Video mal beschäftigen und den einzelnen Transfers eine Note geben. Denkt aber bitte daran, dass ich hier nur meine persönliche Einschätzung abgeben werde. Ihr könnt mich da wie immer in den Kommentaren ergänzen. Und in dem Sinne gehen wir rein. Und wir fangen mal mit Felix Metcher an, für den der BVB eine Ablöse im Bereich von 30 Millionen Euro auf den Tisch gelegt hatte. Was definitiv eine ziemlich stolze Summe ist, wenn man bedenkt, dass er beim VfL Wolfsburg gerade erst seinen Durchbruch im Profibereich geschafft hat. Was das grundsätzliche Talent von Metcher angeht, kann ich mir aber schon vorstellen, dass er diese Summe schon noch irgendwann rechtfertigen wird. Doch hat er es bisher getan? Sein Start verlief in jedem Fall mal schleppend. Da waren gerade zu Beginn einige wirklich nicht gute Auftritte dabei. Was unter anderem daran lag, dass er wohl noch nicht zu 100% fit war. Aber im Verlauf der Hinrunde konnte Metcher ein ums andere Mal andeuten, was in ihm steckt. Der Höhepunkt war dabei eindeutig der 1 zu 0 Siegtreffer im Champions League Auswärtsspiel gegen Newcastle United. Welcher dem BVB drei enorm wichtige Punkte bescherte. Doch kurz darauf, nach der Partie gegen den VfB Stuttgart, erlitt er dann einen großen Rückschlag und verpasste danach den Rest der Spiele bis zur Winterpause aufgrund von Hüftproblemen. Dann jetzt muss man einfach sagen, hat er die Ablöse nicht rechtfertigen können? Sportlich muss da auch konstant mehr kommen, sobald er denn wieder fit ist. Das Potenzial dazu ist auf jeden Fall da. Aber bei dem, was wir bis jetzt gesehen haben, ist eine 4 Plus aus meiner Sicht das höchste der Gefühle. 19 Millionen Euro zahlte der BVB an die Bayern für die Dienste von Marcel Sabitzer. Der 29-jährige Österreicher sollte Borussia Dortmund mit all seiner Erfahrung aus vielen Jahren Bundesliga bei Leipzig und den Bayern als Sofortverstärkung dienen. Im Idealfall bringt er noch ein wenig Mentalität und Führungsstärke mit. Ich meine, immerhin war er in Leipzig auch Kapitän. Was der BVB bekommen hat, ist ein Spieler, der manchmal den Eindruck hinterlassen hat, keine Lust auf Dortmund zu haben. Immerhin sagte er selbst, dass er am liebsten nach England gewechselt wäre. Dennoch waren seine Leistungen im Großen und Ganzen, auch wenn er die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte, okay. Er hatte durchaus schon den ein oder anderen richtig starken Moment, sodass sich Sabitzer mit einer 3- eine bessere Bewertung als Felix Metscher geben würde. Wenn Sabitzer in der Rückrunde konstanter sein starkes Gesicht zeigt, im Best Case wie bei der österreichischen Nationalmannschaft, kann er aber durchaus noch einen großen Mehrwert bieten. Für 15,5 Millionen Euro holte der BVB mit Niklas Füllkrug den Torschützenkönig der vergangenen Saison. Und ja, Torschützenkönig klingt besser als es in Wirklichkeit war, aber grundsätzlich ist Füllkrug kein schlechter Stürmer. Füllkrug hatte man geholt, weil man schon gemerkt hat, dass Sebastian Allaire mit den Folgen seiner zurückliegenden Erkrankung zu kämpfen hat. Bei ihm läuft gerade wirklich nicht alles rund. Von daher war der Transfer im Nachhinein nicht so unnötig wie zur Verkündung noch gedacht. Auf der Haben-Seite stehen 12 direkte Torbeteiligungen in 21 Pflichtspieleinsätzen für den BVB. Gerade wenn man bedenkt, dass er dabei erst 6 eigene Treffer erzielt hat, dann sprechen wir hier definitiv nicht von einer Bilanz, mit der alle Seiten vollends zufrieden sind. Wo Füllkrug allerdings überzeugt, ist, dass er seine Rolle als Wandspieler weitestgehend sehr gut ausfüllt. Bälle festmachen und weiterleiten kann er. Auch kann er seine Mitspieler exzellent dirigieren und er erkennt einfach auch Räume. Dennoch ist klar, dass er zur Rückrunde auch mehr Tore schießen muss. Was aber nicht nur an ihm liegt, sondern auch an der aktuellen Spielweise des BVB, die in der Form gefühlt auch gar nicht mehr hergibt. Ich würde Füllkrug alles in allem eine 3 plus geben, einfach weil er meiner Meinung nach noch der beste Transfer in diesem Sommer war. Kommen wir jetzt zu Rami Benzebaini. Der Ablösefrei von Borussia Mönchengladbach kam und von dem man sich versprochen hat, dass er mehr defensive Stabilität als ein Rafael Guerreiro reinbringen kann. An sich noch nicht mal ein großes Erbe, was das angeht. Gleichzeitig war man dafür bereit, auf den offensiven Impact über diese Seite zu verzichten. Letzteres hat dabei auch wunderbar funktioniert. Offensiv kommt von Benzebaini wirklich nicht allzu viel. Nur leider konnte er nicht dazu beitragen, die Abwehr bis hierhin nachhaltig zu stabilisieren. Wobei er sich zum Ende hin angefangen hat zu steigern. Dennoch, gerade wenn es gegen schnelle und trickreiche Angreifer geht, wird es kritisch für Benzebaini. Wenig überraschend, will der BVB im nächsten Transferfenster auf den Außenverteidigerpositionen auch wieder mehr Wert auf spielerische Komponente legen. Wäre Benzebaini nicht ablösefrei gewesen, würde ich dem Transfer eine glatte 5 geben. Aber so kann man denke ich noch auf eine 4- gehen. Gehen wir jetzt mal zu den Abgängen rüber. Auch da gibt es den einen oder anderen, den man besprechen muss. Angefangen mit Jude Bellingham. 103 Millionen plus ca. 30 an Boni. Ja, die wird man am Ende für ihn bekommen und betrachtet man seinen zu der Zeit 120 Millionen Euro Marktwert und dass er noch 2 Jahre Vertrag hatte. Und dass Engländer generell zu unfassbaren Preisen gehandelt werden. Da kann man schon zu dem Schluss kommen, dass der BVB hier zu wenig rausgeholt hat. Als Argument für das Entgegenkommen der Dortmunder wurde ja die schnelle Abwicklung des Transfers und das gute Verhältnis zu Real Madrid genannt. Und ja, der ein oder andere nimmt auch seine Knieverletzung zur Rechtfertigung mit rein, welche ihn allerdings nicht daran gehindert hat, direkt von Spieltag 1 an dabei zu sein und voll loszulegen. Naja, kann man jetzt alles bewerten, wie man möchte. An sich, wenn die Bonis ausgezahlt sind, finde ich dennoch nicht, dass der BVB einen mega schlechten Deal gemacht hat. Aber gut, war er eben auch nicht. Mehr als eine 4 ist hier für mich nicht drin. Ich hätte dem Ganzen übrigens eine positivere Bewertung gegeben, wenn man denn beim BVB die eigenen Transfers dadurch schnell über die Bühne gebracht hätte. Denn dann wäre es verständlicher gewesen, warum man hier einen schnellen Zuschlag bevorzugte. Der ablösefreie Abgang von Rafael Guerrero ist im Nachhinein auch nicht die allerbeste Entscheidung gewesen. Das nicht unbedingt nur, weil er jetzt bei den Bayern ist. Völlig egal. Bis jetzt hat er aufgrund von Verletzungen ohnehin nur wenige Spiele machen können. Und auch nicht, weil Ben Zubaini nicht das erhoffte Defensiv-Upgrade war. Nein, für mich steht hier ein ganz anderer Grund weiter im Vordergrund. Guerrero war einer der besten, wenn nicht der beste Techniker im BVB-Kader. Gerade im zentralen Mittelfeld war er Gold wert und konnte auch spielentscheidende Situationen einleiten. Was er übrigens auch als Linksverteidiger geschafft hat, aber da auf Kosten der Defensive. Und ich habe ja damals schon gesagt, ja, ich kann verstehen, dass man ihn nicht mehr als Linksverteidiger möchte. Da bleibe ich auch heute noch bei. Aber was die spielerische Komponente angeht, bräuchte man einen qualitativ hochwertigen Ersatz. Oder man verlängert halt und stellt ihn dauerhaft ins Mittelfeld. So wie es Tuchel jetzt bei den Bayern aktuell tut. Gut, jetzt kann man natürlich noch dagegen halten, dass er in der Hinrunde fast nur verletzt war. Entsprechend auch für den BVB kein großer Verlust gewesen ist. Wenn er jetzt noch da wäre, wäre er ja wahrscheinlich auch verletzt gewesen. Nichtsdestotrotz, wenn man alles zusammennimmt, du hast keinen neuen technisch starken Spieler geholt. Den besten Vorlagengeber quasi verschenkt und ausgerechnet die Bayern haben sich ihn geschnappt. Da ist der einzige Grund, warum ich hier nicht auf eine 6 gehe, seine Verletzungsanfälligkeit. Deswegen eine 5. Zu den restlichen Abgängen muss man jetzt nicht unbedingt allzu viel sagen. Ja, ich weiß, Dahoud ebenfalls ablösefrei weg. Das wird natürlich auch von vielen sehr kritisch gesehen. Aber er war beim BVB auch nie so richtig angekommen. Zumindest nicht nachhaltig. Ja klar, er hatte einige gute Spiele, so ist es nicht. Aber essentiell ist er wirklich nie gewesen. Dazu sehr oft verletzt. Entsprechend verschmerzbar. Positiv hervorheben könnte man vielleicht noch die Laie von Tom Rote. Der geht ja gerade bei Holstein Kiel richtig auf. Naja, was beim BVB das Zeugnis aber erst, ja, sagen wir mal so richtig zerstört, ist die Frage danach, ob man denn die wichtigen Baustellen geschlossen hat. Und da kann man eigentlich nicht mit Ja antworten. Gerade die Außenverteidigung des BVB ist qualitativ mangelhaft besetzt. An der Stelle sprechen wir wirklich von dem Inbegriff von Mittelmaß. Gleichzeitig ist man dort aber auch sehr dünn besetzt. Ja, auf dem Papier hat man vielleicht vier Rechtsverteidiger, aber darunter einen seit Jahren dauerverletzten Moray. Meunier, der eigentlich schon weg sein sollte. Marius Wolf, der ja eigentlich gelernter Offensivspieler ist. Und ja, der auch Fehlpässe am Fließband produziert und dessen Flanken mit Homeruns zu vergleichen sind. Bleibt nur Julian Riasson, der jetzt allerdings auch nicht der wahnsinnig geile Fußballer ist. Aber dafür ist er ein sehr starker Kämpfer und er gibt immer alles gegen ihn, will ich wirklich nichts sagen. Und links Rami Benzebaini, das war's. Klar, Riasson kann auf der Seite aushelfen, aber dann fehlt halt rechts halbwegs ordentliche Qualität. Denke, ihr versteht das Dilemma. Also was diese Baustelle angeht, würde ich dem BVB tatsächlich eine 6 geben. Schlechter hätte es nur schwer laufen können. Gerade auch, wenn die Berichte stimmen, dass man einen Grimaldo angeboten bekommen hat, welcher der perfekte Guerrero-Ersatz gewesen wäre. Also sprich auch, was fußballerische Fähigkeiten angeht. Und wo man weiß, wenn man Benfica ein bisschen verfolgt hat, dass das ein ganz klares Upgrade gewesen wäre. Jetzt mal unabhängig davon, wie er jetzt als Schienenspieler in Leverkusen performt. Also auch in der Hinsicht wurden falsche Entscheidungen getroffen. Man wollte viel Bundesliga-Erfahrung und hat dafür eben unter anderem auch auf Qualität verzichtet. Wohin das geführt hat, sehen wir jetzt. Dann war es ja auch so, dass man sich intern offensichtlich auch nicht so ganz einig war, was die Transfers angehen. Nach Ende der vergangenen Saison sah vieles danach aus, dass der BVB einen klaren Plan verfolgt. Und beispielsweise bei Edson Alvarez, Ivan Fresneder und einem technisch starken Mittelfeldspieler relativ früh Nägel mit Köpfen macht. Doch dann kam das Terzitsch-Veto und plötzlich lief alles in eine ganz andere Richtung. Das ist ja eine Sache, über die wir verdammt oft gesprochen haben. Mittlerweile bin ich da an dem Punkt, wo ich sagen muss, dass die ganze Führung beim letzten Transferfenster versagt hat. Terzitsch hatte schlicht die falschen Ideen, Kehl dafür die vermeintlich besseren. Er war aber nicht in der Lage, sich durchzusetzen, was eben dann auch seine Schuld ist. Und Watzke hat zu guter Letzt den Daumen in die falsche Richtung gehoben. Zusammengefasst kann man dem BVB für die Transferphase nichts anderes als eine 5 geben. Zu viel ist schiefgelaufen, zu wenig ist aufgegangen. Dazu noch die ungeschlossenen Baustellen. Oder man drückt es anders aus. Mir persönlich fallen ehrlich gesagt keine Argumente ein, den Transfersommer zum jetzigen Zeitpunkt besser zu bewerten, als ich es gerade getan habe. Wenn ihr es könnt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin da komplett offen für andere Meinungen. Und ja, mir ist auch bewusst, dass ich damals die Transfers auch als deutlich positiver empfunden habe. Und dementsprechend kann ich mir auch gerne selbst eine 5 geben. Das ist völlig okay für mich. So, und an der Stelle weise ich euch gerne darauf hin, dass ihr in der Endcard noch die Transferzeugnisse für Bayern und Leverkusen findet. Und ansonsten, Freunde, lasst gerne auch ein bisschen Support da. Und in dem Sinne, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball. Also, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball. Also, ihr wisst Bescheid.